Deswegen passiert mir das so häufig. Ich muss mal den den Arm ein bisschen leveln. Ich muss den Arm mal ein bisschen leveln. Natürlich. Es war ja so klar. Hallo. Warte doch auf mich. Hast du noch was für mich? Man scheint ja nicht. Da ist was zum Explodieren. Aber ich habe nichts mehr für den Krabbelarm. So, warte. Wir müssen bestimmt hier hin, oder? Nee. Hier ist einfach ein Licht. Ach, da. Ach, da sind zwei. Wo ist denn der Schalter? Da oben bestimmt. Gut, die zwei können mir ja egal sein eigentlich. Habe ich noch genug Muni? Ja. Acht Schuss noch in der Flinte. So, wo ist denn last but not least der letzte Schalter? Da. Da oben. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Weg nicht zurück. Das wäre Blut. So, dann wollen wir mal. Hoi, der Witzka, Herr Kapitän. Ja, Licht an. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Zurück zum Bahnsteig. Ja. Muss ich jetzt echt wieder komplett zurück? Ach nee, ich kann einfach hier runterspringen, oder was? Oder? Also glaube ich zumindest. Ja. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß, wo wir sind. Kann ich mich heilen? Ja. Einmal bitte heilen. Tü-dümm. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe wieder Gravity Gun. Oder Gravity Handschuh. Besser gesagt. Ich probiere mal vorbeizuschleichen mich, ob das geht. Mal gucken. Wenn das klappt. Öh. Die sind so, die sind so unberechenbar. In den Kopf. So, Bruder. Und du... Dreh dich nicht um. Ich habe was zum Akkuladen. Ja, ja, ja. Der Akku ist jetzt wieder voll. Mein Akku ist wieder voll. Ich muss den mal ein bisschen leveln. Den Handschuh. Aber ich würde auch den Schaden vom Dings erhöhen. Ernsthaft? Kommt der denn jetzt her? Hau ab, Mann. Du stinkst. Aber gewaltig. Du hast der den Mundgeruch, Mann. So. Deswegen nehme ich auch deine Schrotflintenmunition. Oder Aufstandsflintenmunition. So. Geh mal hier rüber. Na. So. Der ist mir egal, der da rechts läuft. Hello again. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot und kann explodieren. Ah, natürlich kommt da oben einer. Es war so klar. Kann ich einfach ganz in Ruhe hier... Sind das mehrere? Oder ist das nur einer? Mann. Die Frage ist jetzt, wo will er hin? Wo will er hin? Wo kommt er her? Bleibt er jetzt stehen? Nein. Er will... Las Miranda en Sivillia. Ich verstecke mich hinterm Kran. Dann sieht er mich nicht. Hinter dem Haken. Ich meine, er ist eh blind. Ganz schön aufgebracht, der junge Mann. Was ist denn mit dem? Oh. Hat er nicht gehört. Ich umrunde ihn mal. Keine Zeit verschwenden für den Affen. So. Jetzt habe ich gesagt. Ich habe es gesagt. So. Hier oben sind auch noch welche. Ah. Na. Ich warte nur drauf. Natürlich. Es war so klar. Es war so klar. Alter. Ernsthaft? Es war so klar. Ich muss los. Ciao. Da muss ich aber dezent groß. Nein. Lass mich. Lass mich, du Penner. Uah. Puh. Ja. Das war so was von knapp. Alter Späte. Erstmal heilen. Puh. So. Jetzt können wir nochmal den 3D-Drucker benutzen. Und ein bisschen rumdrucken. 2,5. Was kostet uns nochmal hier der Schaden? 2,7. Puh. Das dauert noch ein bisschen. Oder wir leveln den Handschuh. Was haben wir denn hier? Maximale Energiekapazität. Kostet auch 2,7. Was ist das hier? Wiederaufladetempo. Verbessert die Wiederaufladerate des GRP mit experimentellen Verkabelungen. Oder erhöht die Schleuderkraft weiter. Achso. Für 900 nehme ich mal. Komm. Gehen wir mal ein bisschen aus. Ja. Dann nehmen wir die... Die 2,7. Sparen wir jetzt mal drauf. Komm. So. Ich hoffe der funktioniert jetzt hier. Kann ich jetzt die Kisten öffnen? Werden die jetzt wieder rot? Oh nein. Das heißt nichts Gutes. Wenn wir so viel Gedöns kriegen. Oh nein. Das bedeutet gar nichts Gutes. Überhaupt nichts. Das bedeutet überhaupt nichts Gutes. Freunde, das ist... Oh nein. Abfahrt. Wuii. Äh. Natürlich. Oh Gott, alter! Mann, du bleib liegen, du Mann, du Diao! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da kommen doch noch mehr, oder? Das war doch noch nicht alles! Nein, hör auf! Lass das! Wechsel bitte die Waffe! Es war so klar! Hui! Noch immer ohne Fahrschein? Nein! Hui! Nein! Hui! Das macht Spaß! Irgendwie war das klar! Bei so viel Kisten! Mann, ich krieg gar nix von der Fahrt mit! Wie? Was? Wer? Wo? Warum? Wieso? Weshalb? Tschüss! Ungebetene Gäste werden nicht mitgenommen! Ihr seid blinde Passagiere! Ihr habt hier nix verloren! Tschüss! So! Nein! Du sollst aussteigen! Hab ich gesagt! Wo ist dein Ticket? Aua! Wo ist dein Ticket? Verdammt nochmal! Hab ich gesagt! Ich bin der Schaffner! Erstmal ne Spritze in den Hals! So! Alter! Uah! Wie viele sind denn das? Oh Gott! Nicht gut! Hab ich hier noch so einen Akkusatz? Vielleicht irgendwo? Oh fuck! Oh fuck! Das ist gar nicht gut! Oh! Oh nein! Da ist ein Akkusatz! Oh fuck! Nein! Nein! Was? Oh! Oh wie gemein! Oh wie gemein! Und alles normal ne? Oh fuck! Oh scheiße! Das ist ja Assi! Oh ich muss glaube ich erstmal was verkaufen! Moment! Wir haben sogar die 2,7 fast ne? Jetzt haben wir die 2,7! Weißt du was? Ganz ehrlich! Gönnung! Ja! Macht vollen Schaden jetzt! Ja! Da bin ich ja mal gespannt! So! Jetzt haben wir noch 1156! Blockschutz! Aktiviert passive Betäubung! Okay! Lalalala! Was haben wir da noch? Brich den Arm des Angreifers! Wenn sie ihn da packen will! Achso! Blocken! Okay! Ähm! Das könnte man nochmal nehmen! Das hatten wir ja! Oh! Da müssen wir jetzt aber ein bisschen zusehen, dass wir... Qualitätsprüfung bestätigt! Was nehme ich denn? Nehme ich die normale Pistole dann gleich? Magazin Größe! Ja gut! Wir haben noch 256! Komm! Egal! So! Akku schneller laden wäre auch gut! Jaaa! Kost glaube ich auch 900 ne? Okay! Dann sammeln wir erstmal... Akkusatz! 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 Am besten Akkusätze! Akkusätze! Akkusätze sind immer gut! Jaaa! Okay! Was haben wir denn jetzt alles? Okay! Wir haben zwei, drei Akkusätze... Ne! Vier Akkusätze haben wir sogar! Und zwei Gesundheitsinjektoren! Das sollte eigentlich reichen! Ich würde mir die Dings aufheben glaube ich für den... Ja! Mal gucken! Wie ich das mache! Weil die mutieren ja instant ne? Instant mutieren die! Richtung Frachtumschlag! Es geht los! Ja man! Die ersten! Von wo kommen die ersten? Von da! Tschüss! Tschüss! Noch jemand ohne Fahrschein? Ich bin der Schaffner! So, tschüss! So, die anderen waren von wo? Kamen die von hier jetzt nicht? Ich glaube die anderen kamen von hier ne? Oder? Ja! Alter! Puh! Okay! Okay! Der Dings ist schon gut! Unsere Nahkampfwaffe! Muss man sagen! Verspicht? Du... Jungen! Du... Du... Knopf! Hör! Zu dir... Ich hab dir hier über den Spuhln gesagt. Du... Fst! Dannittle... Bitte von der Tunnelwand fernhalten? Äh... Ich muss los! Ciao! Aua! Lass das! Ich muss los! Aua! Nein, 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 nein! Ich muss mich heilen, Alter! Heil dich! Heil dich! Boah, Bruder! Nein! Was? Boah, Alter! Das ist aber... Alles von vorne! Ich will nicht mehr! Oh Gott, das ist ja wie Fahrstuhl auf Doom! Oh Gott! Okay! Ja, natürlich verkaufen wir wieder alles! Okay, das ist ein bisschen blöd! Also, die Speicherpunkte sind ein bisschen blöd gesetzt! Die hätte man besser machen können! Ähm... Ich level trotzdem mal auf 100, weil das war gut! Also, auf maximalen Schaden! Und dann machen wir das bei die Aufladerate! Akku schneller laden! Ja, ist eine gute Idee! Machen wir das mal! Jetzt guck das Ding noch nicht so lange an, Mann! So! Äh, Aufladetempo! Ja! Bzzz! 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 So! UJC bedankt sich für ihre Produktivität! Ja! Danke! Haben wir noch? Ah, kostet 2,7. Okay. Gut. Ja, dann auf ein neues. Das hat ja ganz gut geklappt, ne? Mit der Waffe. Und zwar mit der hier tatsächlich. So. Das heißt, Akkusatz jetzt sammeln wäre, glaube ich, ganz gut. Akkusatz. So. Nein, nimm doch nicht alles mit. Hat er jetzt alles mitgenommen? Hm, was ein Honk. Der soll doch nur den Akkus... Da, Akkusatz. Da ist noch Muni drin. So ein bisschen, ja, Lebensenergie. Aber wir haben alles voll, ne? 1, 2, 3. Wir haben nur 3 Akkusätze. Irgendwo ist noch einer drin. Hatten wir nicht viel vorhin? Blindenmuni. Hatten wir nicht 4 vorhin gehabt? Wir hatten doch vorhin... Oh, ist das random mit dem Kisten? Generieren die immer neu? Oh, das ist ja gemein. Okay, das ist gemein. Okay. Naja, je mehr du den Mixer werfen kannst, desto weniger Probleme hast du. Das stimmt. So. Ja, es geht los. Die ersten waren von... Da, ne? Ich glaube, die ersten kamen von hier. Ich glaube, die erste kamen von hier. Sammeln kann ich ja immer noch, ne? So, die zweiten waren hier, glaube ich. Huch. Sterb doch endlich, Mann. Okay. Nicht in den Dings laufen, bitte. Das waren sie von da, ne? Jetzt kommen die, glaube ich, von der Mitte, ne? War das nicht irgendwie so? Ja, Moment. Ihr müsst Waffe wechseln. Aua. Oh, Spiel gespeichert. Gott sei Dank. Alter. Gott sei Dank. Ich muss mal heilen. Alter Verwalter. Ja, Entschuldigung. Ich sammle gerade mal. Hier liegen noch Kalisto-Taler rum. Die hätte ich gerne. So, ist hier noch was in der Kiste? Ja. Ähm. Ach, hör doch auf. Was? Natürlich. Warum denn nicht, mein Freund? Ernsthaft jetzt? Hua. Nein. Aua. Er ist lahmarschig, ne? Okay, der Handschuh bewirkt gar nichts bei dem. Hua. Oh, bin weg. Tschüss. Bin nochmal weg. Bin nochmal weg. Nein. Muss los. Alter. Hua. Er hat nur noch einen Arm. Nein, lass das. Lass das. Hör auf damit. Ich muss die Waffe wechseln, Mann. Verdammt nochmal. Ich muss die Waffe wechseln. Nein. Bruder, da muss ich aber los. Alter, ist der riesig. That's what she said. Zwei Köpfe sind besser als einer. Stierbändlich, du Sau. War das aufregend. Gott, war das aufregend. Aber, wir haben den besser hingekriegt, wie die kleinen Scheißer hier, ne? So, ich stampfe nochmal eine Runde. Gondelbahn. Hey. Das war ja eine schöne Zugfahrt. Oder, keine Ahnung. So, ich gucke nochmal nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Aha. Also erst fliegt, also erst ist sein Kopf geflogen, von seinem Kumpel, und dann seien der andere. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja, okay, alles klar. Gut. So, wir sind angekommen. An, ich weiß nicht wo, keine Ahnung. Nachgeladen habe ich auch. Ich, also die Pistole ist echt sehr geil. So, Zugangstunnel. Wir müssen ja irgendwie entkommen, ne? Schauen wir mal. So. Okay, gucken wir mal. Hören wir uns mal an, die Sprachleifleit. Vielleicht gehen sie ja. War das er? Ah, ne, hier. Oh. Lauf weg bei allem, was der Ha... Hallo, Kamera. Kamera? Hallo, Kamera. Ja. Ich bin wieder scharf. Danke dir. Ich bin scharf, natürlich. So. Kamera wollte nicht mehr. Kamera so, nö. Huch. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt?